Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ich bin's, euer Tom und wir starten heute durch. Wir werden uns eine neue Wohnung suchen und ja, da gucke ich jetzt erst mal, wie man das Ganze angeht. Share Apartment. Machen wir das? Nur, wie kriegen wir das hin? Achso, das war hier auf der Tür. Your Home, genau. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal ausziehen und vielleicht können wir sogar das eine Apartment überspringen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich hatte mal irgendwo was gelesen von 50.000 Subsgarien, aber werden wir ja gleich gucken. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die vielen Tipps und Tricks, die ihr in den Comments hinterlasst. Danke, danke dafür. Ich kann die nicht immer direkt umsetzen, weil ich manchmal mehrere Folgen am Stück aufnehme und dann kommt das, kommen eure Ratschläge erst in den nächsten Folgen halt. Oder, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja. Hey, yes, there's a room. Will you make youtube and irish? Okay. New goal available. Werden wir erstmal hier die normalen Aufgaben machen. Jo, was geht denn hier? Warte mal. Eat the Sandwich. Okay. Da. Okay. So. Oh mein Gott. 2 von 10. Goodbye more for clicking. Okay. Buy food. Okay. Buy food. Go shopping. Wo geht denn jetzt? Oh, jetzt muss man hier mit scrollen. Ähm. Jo. Kaufen wir erstmal wieder 2. Ja, nochmal ein recht herzlichen Dank an Blocky, der mir wirklich viele, viele Tipps geschrieben hat. Ich hoffe, ich habe hier auch wieder nur einen Raum, wenn man in mehreren Räumen hin und her... Da bin ich kurz rausgetappt. Ähm. Jo, warte mal. Ähm. Was muss ich denn jetzt machen? Warte. Erstmal kommt wieder demnächst ein Test, oder? Ne. Ich glaube, ich bin jetzt hier an der Uni, oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm. Ich glaube, meinen PC habe ich. Ich mache auf jeden Fall erstmal ein Videogame. Das ist immer nie verkehrt, würde ich sagen. Call of Fury. Ist sogar trending. Ähm. Ja. Machen wir hier den nächsten Teil. Gameplay. Ich weiß ja nicht, wie viel ich davon schon hatte. Und go. Ach. Schon zwei davor, aber das macht ja nichts. Achso, hier läuft ja gerade das zweite noch. Hat uns ziemlich viele Klicks angemacht. So, warte mal. Ähm. So, jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen besser aus. Ja. Music. Zack. Nehmen wir den. Also immer so, dass es schön passt. Wenn es geht, natürlich. Manchmal geht es ja auch nicht. Aber ich habe ein bisschen verschnopfte Nase. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und wenn doch. Kann es ja nicht ändern. Oh, zweimal FX. Wow. Oh, das gab einen richtig guten Boni. So. Das hat auf jeden Fall alles gepasst. Und jetzt gibt es nämlich einen Trick beim Zusammenstellen. Beim Zusammenstellen der Videos. Ihr seht ja hier rechts und links immer diese Pfeile. Ähm. Wenn die passen. Also das ist der erste auf jeden Fall. Wenn die passen, dann, ähm, werden die grün. Ähm. Also so wie hier quasi. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Je mehr grüner, desto besser, denke ich. Ähm. Aber ob wir denn auch alle Videospuren mit reinnehmen sollten. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn ihr da noch einen Tipp habt für mich, dann... Nehme ich den natürlich gerne an. Hm. Aber hier steht auch nirgends wo... Ja. Ob ich den jetzt rauslassen sollte lieber oder nicht. Man weiß es nicht. So haben wir auf jeden Fall nur einen roten Pfeil. Auch wenn das das Ende ist. Ähm. Ja. Mal gucken. Ich werde es noch mal so machen. Mal gucken. Wie viel Punkt es gibt hier. Oh. Videoqualität auf jeden Fall neuer Rekord. Okay. Oh. Wir haben hier ein Roommate. Der spielt einfach am PC. Oder an der Playstation von mir. Ähm. Ja. Dann gehen wir mal schlafen. Also wo ist das Essen? Da. Okay. Aber kann der Roommate jetzt auch hier? Ne. Kann ich mir nicht vorstellen, oder? New Goal. Hm. Ich muss mal gucken, was man hier so machen kann. Work your home. Okay. Hier kann man nämlich wieder... Ja, genau. Das ist natürlich ziemlich cool. Roomloft. Ähm. Pay per you. Das ist alles das gleiche. Workspaces 2. Da können wir uns nen neuen PC kaufen. What? Krass. Ähm. Monatliche kosten 350 Tacken, ey. Krass. Aber da... Nochmal. So. Scheiße. Meine Stimme, ey. Ich atme kaum noch durch die Nase. Aber egal. Ähm. Ähm. Ja. Dann ziehen wir da. Dann überspringen wir direkt hier das... Äh. Äh. I had you want a bigger apartment because you need more space. Are you... move with me? Ja. Äh. Ja. Den nehmen wir mit, oder? Okay. Okay. Dann haben wir jetzt innerhalb von einer Folge zweimal die Wohnung gewechselt, würde ich sagen. Doch. Ist ja so. Ja. The new apartment was great and much bigger here. Starting with your team. Okay. So. Jetzt haben wir mehr umgeschoben als überhaupt Videos gemacht. Ähm. Higher, äh. Na ja. Okay. Was ist das? Einer, der mitmacht auf jeden Fall. Ähm. Ähm. Yeah. Geil. Äh. Ich glaube, ich hoffe natürlich nicht, dass man hier über mehrere Spaces was machen muss. Das wäre doof. Hm. Es sieht auf jeden Fall schon mal ganz schick aus. Kann man mal so sagen. Sieht man ein bisschen was von draußen. Ja. Gut. Hm. Wir werden auf jeden Fall erstmal ein neues Video machen. Das Call of Fury scheint noch gut anzukommen. Von daher werden wir dann den nächsten Teil raushauen. Und go. Und dann müssen wir gleich mal gucken. Ähm. Also wir müssen ja auch Geld damit verdienen. Ähm. Ähm. Sorry. Leute. Ähm. So. Das erste kam schon mal hin. Okay. Am nächsten wird es nicht klappen. Das heißt, wir werden das nehmen. Schade. Ja. Der klappt wieder. Ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht kann man das ja auch, ähm, beeinflussen. Ähm. Wo die denn herinkommen. Je nachdem, was man ausfällt. Ich weiß es ehrlich gesagt aber nicht. Und weiter. Erstmal alle reinziehen und dann können wir gleich mal gucken, wie wir das verschieben. Hm. So. 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 Aber unser PC spielt wieder verrückt. Ähm. Ähm. Wir haben keine zwei Anschlüsse. Okay. Okay. Lassen wir es so. Nirgendwo neuer Rekord. Ja. Schade. Aber ich denke, die Videoqualität ist trotzdem gut. Wir promoten das Ganze nochmal. Ja. Und jetzt müssen wir mal sehen, was kann man denn hier überhaupt machen. Ähm. Ich werde jetzt erstmal... Biggest Fan. I want to stalk a defuser. Ja. Party tonight. Ne. Schade. Repair. Sleep. Und wo ist der Olekülschrank? Hm. Der muss doch hier irgendwo sein, ne? Da. Eat. So. Jetzt erholen wir uns erstmal. Ja. Wir haben die 60.000 Subscriber erreicht. Das ist natürlich richtig gut. Unlimited. Ähm. Die anderen... Ich weiß nicht. Okay. Ich glaube, das bringt halt einfach nicht so viel. Man muss da öfter raufklicken. 4 von 10. Ja, dann machen wir auf jeden Fall mal ein Sandwich. Sind da jetzt gleich weniger. Aber jetzt geht das nämlich voll. Alles okay. Promoten wir das Video hier nochmal. Wir haben ja die Money. Ähm. 3 von 10 noch drin. Okay. Das heißt, die sind alle leer. Ähm. Wir werden jetzt nochmal gucken, dass wir uns Essen kaufen. Hm. 50 Cent. Ich mein... Wie viel müssen wir denn halt? Für 10 halt, ne? Okay. Ist voll. Also das heißt, man kann das hier so lange klicken, bis es voll ist. Das ist okay. Oh, die werden hier... Check out. Okay. Ja. Machen wir es halt so. Ja, es ging natürlich ein bisschen ins Geld. Ähm. Go upstairs. Cool. Wir gucken uns erst mal das neue Apartment an und dann müssen wir mal sehen, was wir noch machen können. Vielleicht klicken wir nochmal auf die Tür. Oh. Was ist hier oben los? Ah, hier ist der zweite Workplatz, denke ich mal. Okay. Ähm. Ähm. Ja, wir müssen gleich mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere neue Game. Ähm. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall erstmal ein Video machen. Okay. Gameplay 2. Mal gucken, wie das andere ankommt. Na gut, die geht jetzt erstmal runter. Das ist okay. Okay. Äh. Ach so. Cool. Wir haben jetzt... Wir spielen gerade nicht auf dem PC, sondern halt auf der Playstation. Das ist natürlich geil. Oh. 9 Punkte. Krass. Machen wir mal. Jetzt haben wir noch 8. Oh. Long waiting. Clan Wars. Okay, das kaufen musst du gleich mal. Keine neuen Punkte mehr über. Okay, das kam alles hin. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen, ein bisschen geschickt schneiden, ähm, denke ich mal. Äh, was für Roamingoing? Okay. Oh. Das Subscriber weg. Ja, wir haben im Moment so viel Neues hier gerade zu erleben. Da können wir uns nicht auf ein paar andere Sachen noch kümmern. Also, wir machen das auf jeden Fall. Ähm. So. So haben wir keinen roten und nur einen nicht ausgefüllten. Wenn das nicht ein neuer Rekorder gibt hier irgendwo. Ja. Content. Und Edition. Also, das bringt schon ein bisschen was, wenn man drauf achtet. Okay. Das heißt, wir klicken jetzt erstmal... Ah, wir haben Level Up. Nice. Genau. Und, ähm, Blocky war das auch, glaub ich, der mir den Tipp gegeben hat. Ich, ich hab das selber dann noch irgendwann gesehen, dass wir im Level nicht fortgeschritten sind. Also, wir waren immer die ganze Zeit verachtbar in den letzten zwei Videos. Hab ich mir gedacht, ja, wie soll das? Aber... Jetzt, ähm, sind wir mittlerweile Level 9. Also, wir haben da schon den ein oder anderen, äh, XP-Bonus verpasst. Das ist ein bisschen doof. Zwei neue Lampen. Klamotten haben wir ganz viele. Okay, wir können auf jeden Fall eine zweite Workstation holen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, glaub ich. Hardcore, was ist denn hier? Increase the number of gameplays you made. The views of gameplays. Ach so, also je mehr wir machen, äh, je mehr wir an gameplays Videos machen, desto höher werden die Subscriber. Okay. Again. First Impression. Review oder Unboxing Videos. Ähm. Ne, ich finde das ganz gut ist. Okay, wir haben ungefähr 509 Income im Monat. Gehen wir erstmal zur Work. Haben wir gar nicht mehr Home. Luxus Apartment. Okay. Ha, okay. Da müssen wir nochmal gucken. Ähm, das geht bestimmt nach einer bestimmten Anzahl von Subscribern. Ich weiß aber nicht wie viel. Ähm, irgendwann können wir auch ein Netzwerk beizutreten. Und das werden wir uns auch nochmal eben angucken. Danke. Und dann geht's ans übliche Business. Boah, 10 Alter. Krass. Angry Comments. Ähm. So. Gibt's hier nicht auch irgendwo Networks? Da. Minimum 100. Boah. Hier gibt's aber auch eine Million Subscriber. Krass. Wieder Picard. Okay, bei 100.000 können wir das erste Netzwerk beitragen. Ich denke, das machen wir dann auch. Das gibt uns einen ganz guten Schub. Ja, jetzt die Frage. Ähm. Bringt das was? Können wir hier noch upgraden? Jetzt wo wir in einer neuen Wohnung sind. Vielleicht gibt's ja auch einen neuen PC. Mit besserer Grafik oder so. Ich weiß es ja nicht. Ja. Auf jeden Fall gibt's bessere. Fett. Okay, was fehlt uns denn einfach? Eine bessere Webcam brauchen wir. Boah, die sind aber so teuer. Krass. Okay, wir brauchen auf jeden Fall... Besser Webcam. Nehmen wir mal die wie die teuerste direkt. Und was ist mit Mikrofon? Aber wir müssen auf jeden Fall Geld verdienen. Money Bank Coin. Gehen wir mal ran. Wir haben nicht mehr so viel Geld. Das heißt, wir werden uns mal eben schlafen legen. Danach... Ja. Gehen wir auf jeden Fall zur Arbeit. Erster Mai. Okay. Das heißt, gerade ist unser Geld auch abgerufen worden. Das heißt, wir haben jetzt einen Monat Zeit, um die... Was war das? 350 Euro Dollar aufzubringen. Und in weiten Movies. Naja, ich hab keine Bock auf Movies, um ehrlich zu sein. Okay. Der ist ein bisschen runter gegangen. Aber als YouTuber habe ich... Ja, weiß ich auch nicht. Ich kann hier nichts machen. Müsste jetzt eigentlich noch mehr einfach probieren. Da. Das heißt, wir gehen erstmal zur Arbeit. Und werden danach sehen, dass wir neue Videos machen. Okay. Beim Dollarzeichen ist so eine 1 dann eben. Vielleicht heißt es, dass wir uns irgendwo einen Kredit nehmen müssen. Aber... Im Großen und Ganzen ist es eigentlich nur durch... Ah, what a run. Okay. Okay. Wenn wir uns einen hier noch einladen. Der kostet halt auch Geld. Total geil. 320. Ja, aber müssen wir das jetzt? Okay. Okay. Ich hätte recordet Videos. Could you record a game? I will send you. Okay. Das kommt uns natürlich rechts. New Order available. Bis zum 9. Mai. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein normales Game aufnehmen. Und normalerweise müssten jetzt unsere Teile hier ankommen. Gut. Dann werden wir noch ein Gameplay Video von Call of Fury machen. Und dann gehen wir nochmal shoppen und gucken uns an, ob wir irgendwelche neuen Games bekommen. Okay. Konfigur... Konfigur... Ich meine natürlich. Ähm. 2K. Krass. 40 Punkte haben wir. Achso. Und je mehr wir da runter gehen, desto weniger haben wir am Ende. Okay. Okay. Das kostet uns gerade keine. Mono... Die... Omni-Direction. Machen wir einfach. Das war das erste. Wir gucken uns das mal an, wie das bei 2K ist. Ob das am Ende dann ausreicht. Werden wir sehen. So. Oh. Das ist das Game. Welches Game ist das nochmal? Ja. Gut, dass ich das sehe. Ähm. Nehmen wir den. Wie viele Punkte hatten wir? 13, ne? Okay. Stimmt. Wenn es aber natürlich viel höhere Punkte gibt, dann macht es auch Sinn, dass man so viele Punkte nachher hat. So. Drei Punkte haben wir noch über. Ja. Das heißt, zum Schluss können wir wenigstens noch eine rausbringen. Next. Okay. Ja. Vielleicht müssen wir da nochmal gucken, wie wir das ganze handhaben. Ja. So ist es optimal, denke ich. Videoqualität, neuer Rekord. Ah, es liegt eher an unserer neuen Hardware, denke ich. Ähm. Jetzt müssen wir mal eben gucken, was wir hier an Games gerade dazu bekommen haben. Ich hoffe, das ist ja in der Reihenfolge. Ja, ich glaube, das ist das auch, oder? Ähm. Beziehungsweise müsste das nicht auch... Ähm. Ähm. Ja, dann hau was. Hau rein, der Kühlschrank ist voll. Dann gehen wir nochmal eine Runde schlafen. Naja, Sandwich natürlich. Hau rein. Okay, jetzt ist da ein Sandwich. Mal sehen, ob das voll wird. Ne, wird halt nicht ganz voll, okay? Promoten wir das neue Video nochmal? Ja, ich bin mal echt gespannt, wie das, äh... ähm, da aussieht. Jawoll. Ich glaube, ähm, wir machen das Video für den Freund im nächsten Teil. Ich bedanke mich für eure Comments und, ähm, ich freue mich schon auf mehr. Ja, vielen Dank. Ich bin Sauthauben. Bis bald. Ciao. Bom, hier, Thoma. 잊, wir haben mit den Reis. Töten sie mit auf valNext. In der Leis riesengeln. Alles heit, du bist, du bist.